Hallo zusammen zu folgendem Logik-Rätsel. Andrea und Bernd laden drei Paare zum Essen ein. Die Leute geben sich teilweise zur Begrüßung die Hand. Später fragt Bernd aus Neugier, wer wie viele Male die Hand geschüttelt hat. Obwohl niemand seinem eigenen Partner die Hand gegeben oder mehrmals derselben Person die Hände geschüttelt hat, gibt jeder eine andere Zahl an. Wie vielen Gästen gab Andrea die Hand? Klicke kurz auf Pause, bearbeite die Aufgabe, gleich gibt es die Auflösung. Vergiss nicht dein Abo da zu lassen und jetzt gibt es die Auflösung. Es gibt acht Personen, Andrea und Bernd und die drei Paare. Bernd fragt und gibt daher keine Antwort, damit gibt es folgende sieben Antwortmöglichkeiten. Null Hände, eine Hand, zwei, drei, vier, fünf oder sechs Hände. Sechs Hände ist die maximale Anzahl, da ja keiner sich und seinem Partner die Hand geschüttelt hat. Zum Beispiel H hat ja weder sich noch seinem Partner die Hand geschüttelt, kann also maximal sechs Leuten die Hand geschüttelt haben. Nehmen wir als Beispiel an, H schüttelt die sechs Hände, also A, B, C, D, E und F. Dann kann nur G derjenige sein, der Null Hände geschüttelt hat, da ja A, B, C, D und F mindestens eine Hand geschüttelt haben, nämlich mit H zusammen. Das bedeutet, der Sechs-Handschüttler kam mit dem Null-Handschüttler, dementsprechend der Fünf-Handschüttler kam mit dem Ein-Handschüttler, der Vier-Handschüttler kam mit dem Zweihandschüttler, somit bleibt der Dreihandschüttler übrig, welcher Andrea ist. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es lösen konntet. Teile niemals durch Null, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.